U21-Europameister De Wieselke hat nach knapp acht Wochen sein Comeback im Team von Hertha BSC mit einem Testspieltreffer gefeiert Der 23 Jahre alte Stürmer erzielte beim 3 zu 0, 0 zu 0 Sieg über den Oberligisten und Kooperationspartner Hertha 03 Zehlendorf am Donnerstag in der 82 Minute Das zwischenzeitliche 2 zu 0-tem nach seiner Lungenoperation Mitte Juli war De Wieselke vor gut einer Woche ins Mannschaftsbrennen zurückgekehrt Für die weiteren Treffer sorgten der eingewechselte Mohamed Keprit, 56 Star, per direkten Freistoß und Ersatzkapitän per Schellbrett, 84 Untertitelung des ZDF, 2020